Die Anna hat das gemacht. Wieder wieder rein. Und was macht ihr? Suppen. Nudelsuppe. Aha. Kann man dann die Suppe essen? Ja. Ist das Abendessen? Ja. Und auch Karotten sind drinnen? Ja. Was noch? Suppe. Ja, aber was ist in der Suppe drinnen? Ja. Ja, aber was ist dort? Ja. Nudeln, Karotten. Ja. Und noch? Erdbeeren. Erdbeeren, Kartoffeln auch? Ja. Fleisch auch? Ja. Ja. Was ist das? Da... 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 Ein Loch ist da. Wo? Da. Aha. Und wer hat es gemacht? Die Anna. Und ich. Mhm. Und ich habe da was gut gemacht. Und warum? Weil die Anna hat die Suppe. Ah! Meine Mämmen. Mutter Suppe. Mutter Suppe. Was muss ich jetzt gleich sagen? Abendessen. Haha. Nein. Ich fotografiere die Katze. Ich filme, ich fotografiere nicht. Hallo, Iri. Wir tun uns eine Muttentuppe machen. Wir tun uns eine Muttentuppe machen. Wir tun uns eine Muttentuppe machen. Oh! So! So! Noch eine Katze. So! Du musst noch auf die Katze sagen. Mutt! 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 Kera! 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 Oh! Na. Dich, nimm mal sie. Die Hörste. Die hat Marli und die hat Maudi. Die 3 reintra ... R critically. Da. Da. du kommst моей Katze? Von wo? Das ist aber gefährlich. Ich muss jetzt die Muddeltupe ausleeren. Die Muddeltupe bitte reinleeren. So hat jeder seine Beschriftigung. Genau. Guck, guck.